So, es ging ein bisschen weiter. Ich habe mal grob aufgeräumt und habe ein paar Sachen jetzt dementsprechend gemacht. Einmal die Lenkachse, die ist jetzt wirklich fertig. Die ist auch wieder eingestellt auf Null im Endeffekt. Das heißt, die können wir hier ganz normal wieder einbauen. Kommt also hier vorne einfach wieder reingesetzt und dann passt das Ganze. Wir sind ja jetzt hier auf der Breite für die Gummibereifung. Und dann habe ich hier das Ganze gefeilt. Ihr seht, das ist wunderbar geworden und passt soweit alles. Hier vorne habe ich noch ein bisschen nachgefeilt. Dann habe ich mir hier im Rahmen gedacht, weil wir ja einen Sattelkipper bauen, brauchen wir ein bisschen mehr Stabilität. Denn der Kipper hinten, der wird auch nochmal gefedert. Hier habe ich so Aufnahmen gemacht. Die passen dann hier rein. Und die sollen dann die Aktie einfach ein bisschen beschränken und Stabilität nochmal geben hier vorne. Die sind momentan im Druck. Das war jetzt hier der Prototyp und der wird dann hier vorne eingebaut. Was wir auch noch brauchen, sind Radkästen. Habe ich festgestellt. Die müssen natürlich auch noch kommen. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch hier noch was probieren. Und zwar habe ich einmal das Ding hier auseinandergenommen. Und ich will ja das hier einsetzen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, denn ich kann die hier umdrehen. Und jetzt passt auf, wenn ich die hier umdrehe, dann passt das genau hier rein. Und dann kann ich hier meine Sattelplatte oben drauf bauen. Und dann bin ich hier wunderbar ganz flach auf dem Rahmen eigentlich. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Spiegel natürlich in alle Richtungen, dass ich das nicht verkanten kann. Und hier unten, da werden wir jetzt schnell aus dem Alu eine Adapterplatte machen. Die kommt dann hier drauf. Und da können wir dann dieses Teil hier einfach drauf schrauben. Genau. Machen wir schnell und dann schauen wir weiter. Hier haben wir das gute Stück. Einfach eine Adapterplatte. Ich hoffe, die passt jetzt hier auch gleich anstandslos rein. Ja, ein bisschen muss ich nachfeilen. Und dann werden wir das Teil hier drauf montieren. Ihr seht, ah, ja, wird noch ein bisschen mehr wegfallen. Wobei das hier gut reinging. So, das wird also die Adapterplatte. Und dann kann ich das ganze Ding hier einfach draufsetzen. Und kann das, diese Platte hier, richtig schön von unten, dementsprechend mit Muttern sichern. Da passiert gar nichts mehr, dass das Ding hier richtig fest drin sitzt. So, passe ich mal schnell an. Ich werde die ganzen Bohrungen machen. Und dann schauen wir mal, ob das Ding schon reinpasst. Ich werde das Ding schon reinpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt hier die ganzen Gewinne reingeschnitten und hier unten mit drei Schrauben jetzt auf dem Rahmen fixiert. Und jetzt schrauben wir das noch einmal kurz hin. Ich möchte dann am Ende auch, dass wirklich alle zwölf Schrauben da eingebaut sind. Aber aktuell zu Montagezwecken und zu Testzwecken reichen uns jetzt vier, dass das Ding da drauf bleibt. Denn ich muss das ja auch noch mal zum Lackieren alles runterbauen. Und da brauche ich jetzt hier aktuell keine zwölf Schrauben. Das ganze Ding muss ja am Ende des Tages auch den Aufliegen halten. Aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ja, wunderbar. Also jetzt sehen wir, wir sind hier relativ flach mit dem Rahmen. Aber hier, wir können noch ein bisschen hin und her fahren. Da muss man gucken, dass man mit den Reifen nachher nicht anstehen, wobei die ja hier drüben sind. Also sollte das kein Problem sein. Aber es kommen noch hier die Kotflügel auf jeden Fall hin. Und ja, schaut doch schon mal ganz gut aus. Sollen wir mal kurz die Reifen montieren. Stecken wir die doch einmal kurz drauf. Wie gesagt, da kommen jetzt noch die Federn rein. Aber bloß, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Immer das gleiche, immer wieder schüttel ich das Ding um. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir sind aber hier schon bei einer Höhe von 10 cm. Also die Platte hat jetzt 10 cm Höhe. Und wenn wir dann schauen, hier vorne kommt dann die Achse rein. Das können wir auch mal schnell machen. Wie gesagt, hier sind wir noch nicht ganz drin. Das müssen wir noch machen. Aber das Ganze wird dann ungefähr so ausschauen. Auf jeden Fall deutlich kürzer. Deutlich kürzer. Aber wir haben eine schöne Höhe. Wie gesagt, der geht noch ein bisschen rein. Aber da kommen wir gut überall rum. Ist eben diese Baustelle für wir. Wobei wir jetzt doch fast ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen niedriger kommen. Und jetzt kommt dann im Endeffekt hier der Kipper hinten drauf. Ja, und wie gesagt, da müssen wir gucken mit dem Rahmen, dass wir hier möglichst flach auf die Platte hinten auffahren. Aber das sollte alles kein Problem werden. Als nächstes werden wir uns jetzt dann der Kabine annehmen und die einmal komplett zerlegen, damit es hier mit Lampen und der Lackierung auf jeden Fall weitergehen kann. Also das war wir ein bisschen weniger ein bisschen, als ich euch anscheine das, dass wir mal wieder gehen kann. Alles klar.